Live aus der Schaumwein Arena in Düsseldorf, die beiden unehrlichen Söhne von Harald Schmidt. Zeitgeist, Zeitgeist, Zeitgeist! Und wunderlich, oh yeah! Buenos dias, señoritas y señores, heute in Español. Ja, muy bien, muy bien, buongiorno. Ja, buongiorno, Maximiliano. Ja, señores. Nayan, hallo, willkommen in deinem Podcast. Ja, hallo, ich freue mich wieder zurück zu sein und ich denke, du siehst es mir an, oder? Ich bin gut gebräumt, sonnengegerbt und du hattest es ja Höhenkrankheit überstanden, Whiteout auch. Du hattest es ja prophezeit, ja, dass die Sonne mir vielleicht noch zusetzen könnte im schönen Garmisch, wo ich ja im Winterurlaub war. Und ich muss sagen, es war haarscharf. Also ich bin gerade noch so in die Apotheke reinmarschiert und habe mir die Sonnencreme gesichert. Das Näschen war schon ordentlich rot geworden. Die erste Sonne, huiuiui, kann ich dir sagen. Ja, aber. Dass du in Zeiten wie diesen überhaupt noch in Urlaub fahren kannst, dich dazu bereit erklärst. Wir kennen die Geschichte, die Amerikanerin, die in Garmisch-Wartenkirchen gefütet hat und Corona verbreitet hat, zu Zeiten als tägliche Infektionszahlen von 1500 Herrn Wieler den Schweiß auf die Stirn getrieben haben. Ja, heute lacht er drüber. Ja, richtig. Heute fährst du da, wo alles begonnen hat. Fährst du hin, wo alles begonnen hat. Ja, genau, auf Spurensuche. Aber ich kann dazu sagen, apropos Spurensuche, also ich, wie gesagt, im Auto hin, den Berg hoch, ja, easy peasy, wie ich sagen würde. Aber ich habe mich ein bisschen auf die Spuren begeben, aber nicht nur von der Corona-Spreaderin, sondern auch von Angelo Merkel und Barack Obama. Angelo Merte. Ja, Angelo Merte und Barack Obama. Denn, lieber Max, ich habe einmal ganz kurz den Sprung gemacht, rüber von Garmisch-Wartenkirchen nach Elmau. Und da war ich vor dem Schloss Elmau zugegen und du kannst dich vielleicht ja immer nach. Damals, 2015, G7-Gipfel, ja, die ganz berühmte Bank, wo sie da alle zusammen saßen. Barack hatte seine Arme ausgebreitet, hatte alle in den Arm genommen. Da saßen sie dann in der Sonne vor der Bergkulisse und da war ich dann auch. Bin ich durch den Schnee gestapft und habe erst mal den Schnee weggeräumt und die Bank geküsst, weil ich irgendwie so, ja, energetisch auch aufgeladen war von der ganzen Thematik. Ja, und ich glaube so, durch solche Moves entstehen neue Corona-Varianten. Bin mir nicht ganz sicher, ob das die Medizin so belegt, aber ich denke schon. Ja, ja, so oder so ähnlich muss es damals begonnen haben. Ja, große politische Momente, ja, da sind sie in der Vergangenheit. Aber große politische Momente werfen auch ihren Schatten voraus. Denn am 13. Februar wissen wir ja alle, einen Tag vor dem, meinem Lieblingsfeiertag, wir wissen ja alle, dein Lieblingsfeiertag ist Frohn Leichnam, mein Lieblingsfeiertag. So richtig, völlig random. Ne, Maria, hilf. Da, Maria, hilf und, nicht zu vergessen, Buß- und Bier-Tag. Buß- und Bier-Tag. Ja, genau. Und mein Lieblingsfeiertag ist ja der, ähm, der Valentinstag. Valentinstag, du hast dich wohl selbst vergessen. Beide haben selbst vergessen, so vor Aufregung. Aber einen Tag vorher, ne, ist wirklich Festwochenende oder Festwoche, ich weiß nicht, welche Tage es sind. Valentinstag ist ja häufig, Valentinstag, ne, habe ich ja mal die Geschichte erzählt. Richtig. Da ist Bundespräsidentenwahl. So. Und wir hatten ja noch erwähnt, ja, ein Allein, eine Alleinvorstellung, ein sogenannter Alleindurchmarsch von unserem aktuellen amtierenden Amtsinhaber, Frank-Walter Steinmeier. Ja, dem ist aber jetzt nicht mehr so. Ah ja, okay, du bist also hier gerade, merke ich, schon knietief in der politischen Woche, ne? Ja, ja. Hast du dich einfach mal so reingesneakt, ohne irgendjemand davon zu berichten? Da würde ich doch sagen, wäre es doch an der Zeit, jetzt mal so langsam den Jingle hier abzufahren, oder? Ja, der kommt jetzt, pass auf, hier ist er. Meine Damen und Herren, Ihre Republik ist nicht unsere, denn dumm bin ich nicht, ich sage die Wahrheit. Herr Möllemann, Sie müssen ja schon wieder gut abgefüllt sein. Die politische Woche. Ja, heute nicht so viel Larifari drumherum, ne? Wir müssen mal richtig rein, immer in die Materie, richtig direkt hier, hier Ellbogen tief in die Scheiße rein. Ich merke schon, du machst hier den Gabor Steingart. Ja, wirklich, nicht hier blabarabarabar, irgendwie Schneeschuhwanderung und ich erzähle dir noch, was ich gestern irgendwie gegessen habe, welche Tofu-Bowl ich mir hier zusammengeschrubbelt habe, das ist doch alles scheiße, will keiner mehr hören, jetzt müssen Fakten ran, ne? Glaube ich nicht, mich haben ja viele Nachrichten erreicht, die besten Wanderwege, ich wollte mit dir noch reden über die schönsten Tipps zum Valentinstag, auch wie wir beide den verbringen könnten, aber ich merke schon, kein Interesse, aber dann okay, let's focus. Also genau, du hast vollkommen recht, es ist kein Alleingang mehr, also eigentlich weiß man es nicht genau, ob es jetzt ein Alleingang wird oder nicht. Es gibt scheinbar einen Gegenkandidaten. Du, das ist nicht richtig, es gibt zwei Gegenkandidaten. Wie, zwei? Ja, von einem haben wir alle nichts mitgekriegt, aber angeblich Gerhard Trabert wurde am 9. Januar von der Linken nominiert. Ah, okay, wer ist Gerhard Trabert und wie kommt das wer? Er ist parteiloser Arzt. Okay, ja, vielleicht, also weiß er schon davon, oder? Nee, not sure, not sure. Stell dir mal vor, du erfährst auf einmal irgendwie aus den Medien davon, dass du zu der Bundespräsidentenwahl nominiert wurdest. Also, das muss ein Schränkmoment sein, bin ich ganz ehrlich. Ja, es könnte sein. Was würdest du dich persönlich als allererstes fragen, wenn du jetzt erfahren würdest, du wirst nominiert? Oder du bist nominiert? Ja, ich würde mir, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ich dann gewinne. Ja. Aber jetzt stell dir vor, du warst gar nicht darauf vorbereitet. Würdest du eher über... Sind wir ehrlich, ich wäre immer vorbereitet. Ein Max Konrad ist auf solche Situationen immer vorbereitet. Ja, also, da wird auf einmal die Rede aus, da hole ich so aus der Innentasche der Jacke, hole ich direkt so eine Rede raus und sage, ja, was ich alles machen würde als Bundespräsident. Müsste dann im Hintergrund nochmal das ein oder andere vielleicht aufarbeiten, nachlesen, ja, wo denn jetzt genau meine Rechte und Pflichten sind. Ich stelle es dir so ein bisschen vor, wie in dieser einen Jerks-Folge mit Fahri Jadim, wo er da in den Kreisverwandt in Potsdam der Grünen eintreten will. Ja, ja. Will aber so die ganz großen geopolitischen Themen irgendwie anpacken. Und bei dir wäre es dann andersrum. Du würdest dann irgendwie versuchen, so ganz operative Dinge auf einmal zu klären als Bundespräsident. Ja, also, absolute Kompetenzüberschreitung. Ja, und wer dann schon direkt, würde mich regelmäßig im Bundestag aufhalten. Ja, auch immer. Da würden Sie sich fragen, was will er denn jetzt hier? Ja, aufpassen. Auffassen, dass wir hier keinen Unfug machen. Du hättest nämlich nochmal nachgeguckt. Und du bist ja quasi das Verfassungsorgan, was dann quasi auch, ja, so eine Art Supervisor ja auch ist. Ja, ja. Und du nimmst das halt jetzt auch mal ernst. Ich nehme das auch mal ernst und kontrolliere da, ob da auch die Masken getragen werden. Ob da auch mit irgendwie, ob sich die Hände gewaschen werden nach dem Essen. Ne, ob da Danke und Bitte gesagt wird. Genau. Du beobachtest quasi die Bundestagspräsidentin, die ja eigentlich für diese Aufgabe da ist, ne? Ja, ja. Die beobachtest du nochmal. Guckst dir, ne, einfach mal über die Schulter gucken. Ja, ich stehe über ihr an der Stelle. Wird auch dann mal so reinrufen. Auch mich, also, ne, wie gesagt, ständige Kompetenzüberschreitung. Auch dann einfach mal so Dinge, einfach mal in der Öffentlichkeit sagen, für die eigentlich dann irgendwie das Kabinett und auch irgendwie die Bundesregierung verantwortlich ist, einfach mal so. Während die sagen, wir liefern höchstens Helme in die Ukraine, siehst du schon irgendwie auf dem Vorhof vom Schloss Bellevue wieder die Aubitzen abtransportiert werden, die Logistikunternehmen beauftragt werden und dann wird schon mal gefragt, was machen sie denn da so? Ja, also. Ne, pass auf, ist es so, es kommt so, das Transportunternehmen kommt so rein und fragt halt, ja, wir sollten hier Folgendes abtransportieren, ja, und dann ist so die Frage allgemein, ja, wer hat das denn freigegeben? Äh, ja, gut. Dann habe ich gemeint. Ein gewisser Frank-Walter, Frank-Walter Steinmeier. Ganz liebe Grüße an Till Hohne an der Stelle. Ja, ne, genau, also, das hätte ich dann mal gemacht oder direkt auch mal irgendwie so, ähm, weiß nicht, Ursula von der Leyen in Senkel gestellt, gesagt, so geht's ja nicht, was die da erzählt in Brüssel. Ne, du und, ähm, ja, so, weiß nicht, einfach mal so ein bisschen proaktiver, ne, sodass die Leute irgendwie auch so eine gewisse Furcht vor mir haben, weil die wissen nicht, ich bin so wie Undercover-Boss, die wissen nie, wo ich auftauche, weil ich bin ja der Chef von Deutschland ab dem Zeitpunkt. und dann kann's auch mal sein, dass ich da mal so auf einmal so einen Tag lang irgendwie als DHL-Bote die Pakete austrage. Ah, und dann komm ich so an der Kamer-Boss. An der Kamer-Boss, komm ich mal so vorbei, guck mal so, wie die Leute sind. Mach mal so den, äh, mach dann auch mal, kontrollier ab und zu auch mal Tickets, ob, ne, darf man bestimmt auch, als Bundespräsident darf man doch bestimmt mal in eine Bahn reingehen und dann fragen, ob Leute denn auch ihren, ihr, ihr Schoko-Ticket dabei haben, das geht ja bestimmt, oder? Ein schöner Tag in der W-Ticket. Ja, darf man auch bestimmt. Aber an einem Tag kontrollierst du die Tickets, am nächsten Tag die 3G-Nachweise. Ja, so. Könnte ich mal hier ein Impfzertifikat sehen? Ja. Ja, darf der doch, stimmt, oder? Den Test, äh, Booster, wo sehe ich den? Ah, ja. Ja, so, das kontrolliere ich mal. Da mache ich auch selber mal, stehe ich auf einmal mal in so einem Drive-In, Corona-Test-Zentrum, ja, irgendwo in, so, und mach da mal was. Ja, bei dir aber nur Spucktest, ne? Ne, 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 ich mach alles rein in die Nase, raus aus der Nase. Okay, ja, verstehe. Ganz kurz noch dazu. Wie wäre es bei dir? Wie würdest du reagieren? Erstmal ein Slogan ausdenken, ne? Ja. Mein Slogan wäre, Mauern einreißen statt aufbauen. Ja. Oder vielleicht auch andersrum. Genau, und so geht der Slogan weiter. Oder vielleicht auch andersrum. Ja. Das wäre so die, und dann würde ich mich natürlich fragen, was ziehe ich an? Ich würde, ich, also mein Slogan wäre auf jeden Fall, I'm loving it. Ja, ich habe ja schon den Joke gehört. Den Streit will ich sehen, wenn McDonalds mir an die Karre pissen will und sagt, das ist unser. Dann sage ich nämlich, vergesst es, fliegt die hier nämlich, ach, kann dich raus. Richtig. Erstmal hier, Meckesverbot. Ja. So heißt auch das neue Gesetz. Meckesverbot. Pass auf, ich versuche jetzt mal einmal irgendwie die Rolle rückwärts, dahin zurück, wo wir eigentlich herkamen, nämlich zu den Gegenkandidaten von Frank-Walter Steinmeier. Ja, den einen fraktionslosen Arzt hast du ja schon genannt, aber es gab einen anderen. Ja. Und da klaue ich doch mal hier den Joke aus Apokalypse und Filterkaffee, denn bei diesem Kandidaten, da würde, glaube ich, der Slogan sehr schnell feststehen, Otte, finde ich gut. Äh, ja, 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 wie heißt der mit Vornamen, ist es Max Otte? Es ist Max Otte. Ja, warum findet sich jetzt Max Otte eigentlich in dieser Position wieder? Also da kann man sagen, er weiß definitiv von seiner Nominierung. Ja, denn der Mann ist, was ist er, Präsident der Werteunion. So. Der Präsus. Der Präsus, äh, der Werteunion, ja, ähm, steht ungefähr in der Beliebtheitsskala so ein Platz hinter Kardinal Marx, würde ich sagen, ähm, so, und er wurde jetzt nominiert, man würde ja denken, vielleicht von der CDU. Nein, dem ist nicht der Fall, er wurde nominiert von der AfD, denn, so aus meiner persönlichen Sicht, die Werteunion ist, ja, so, wenn man gern in der AfD wäre, aber nicht aus der CDU austreten will, dann ist die Werteunion, ja, schon ein Ort, in dem man vielleicht seinen sogenannten Heimathafen gefunden hat. Die Werteunion ist so ein bisschen die Hitlerjugend der AfD. Ja, aber ich verstehe es halt auch nicht so ganz, ne, also, ich habe diese Story gehört, Werteunion, ja, ja, war mir immer wieder mal so begegnet, aber ich habe mich nie näher damit beschäftigt und jetzt halt, ne, wegen dieser Nominierung dann mal so ein kleines bisschen eingehen da. Und dann habe ich aber gedacht so, hä, ja, warum tretet ihr denn nicht einfach aus der CDU aus und werdet einfach AfD-Mitglieder, wie der Gauland halt auch, ja? Ja. Also, leuchtet mir nicht so ganz ein. Leuchtet mir auch nicht so ganz ein, aber da war es jetzt folgendermaßen, also, man hat ja immer Optionen, ne, man hat ja immer die Wahl und jetzt hatte die AfD ihn nominiert. Mhm. Die Nominierung alleine sollte einem zu denken geben, weil man sich ja fragt, wie kommen sie jetzt drauf? Ich kann dir sagen, warum sie unter anderem drauf kommen, weil besagter Max Otte bei der Bundestagswahl 2017 wohl auch schon mal gesagt hatte, ähm, ja, also, er persönlich wählt jetzt die AfD, kann er nur empfehlen. Ja, und auch da bin ich wieder die Frage so, ja, was denkst du dir denn? Ja, genau, genau. Und dann habe, äh, ist es folgendermaßen gelaufen, jetzt würde man ja denken, du hast ja jetzt die Chance, um dich da auch klar zu distanzieren, zu sagen, für die Dominierung kann ich nichts, auch wenn, ne, man sich fragen muss, warum gerade ich, aber ich lehne dies ab, ja? Ja, vehement lehne ich dies ab. Er hat sich gesagt, ja, ich nehme dies an. So. Das, äh, weil, weil er auch gesagt hat, ja, ich liebäugle nicht mit der AfD, aber es sind schon Positionen da, die teilweise deckungsgleich sind und die meisten AfD-Politiker sind bürgerlich. Sein Zitat. Ja, ja, genau. Also, er sieht auf jeden Fall die AfD felsenfest auf dem Boden der Verfassung stehend. Ja. Und deswegen, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Ja, 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 sie stehen auf der Verfassung, ne, und drehen sie mit Füßen, so. Könnte man es dann auch sehen, ne? Ja, wirklich. Stehen drauf. Äh, weiß ich nicht. Wie ein Ullfass. Ja. Ähm, genau. Und, äh, das hatte jetzt eine Konsequenz, weil, äh, das, äh, jetzt irgendwie, glaube ich, zwei Tage nach seiner Nominierung und der Annahme dieser Nominierung ist er auch schon nicht mehr in der CDU. So schnell kann es gehen. Hier, Rasierklingen-Eddy aus dem Sauerland hat da kurz einen Prozess gemacht. Das ist die neue Taktung der CDU, ja. Wenn, ähm, wenn Lord Merz was sagt, ja, rüber ab, weg ist der Mann. Nie mehr gesehen. Ja, halt bis, äh, bis, äh, zu besagtem, wann ist es? Am 13. oder am 14.2.? 13. Bis zu besagtem 13.2., weil da tritt er ja dann scheinbar trotzdem jetzt an, ne? Also, er kann da jetzt hinkommen und es können Stimmen für ihn abgegeben werden, ne? Nun, ja. Ähm, wie kann, wie wäre das denn jetzt? Könnte es, also unsere Chance zu nominiert zu werden nochmal, um das aufzugreifen. Ja. Ich heiße ja jetzt auch Max, also ich heiße nicht Max, ich heiße ja Maximilian. Ich heiße jetzt nicht Otte, aber ein O haben wir auch. Jetzt gibt es ja vielleicht irgendwie noch einen anderen Max Otte. Wie wird das, also könnte man jetzt da hingehen und sagen, also, die haben, dass sie, dass man vielleicht sagt, ja, ja, die haben scheinbar mich gemeint. Ich möchte jetzt bitte, also, dass man sich das so einklagt, weil man gesagt hat, ja, ich heiße ja auch so, steht ja im Pass. Äh, ich hab ja auch einen Pass, wo das drinsteht. Haben Sie auch einen, haben Sie das auch überprüft, dass das mit Lichtbildausweis gemacht wurde, dass man genau den meint? Oder wie ist das hier, weil jetzt würde ich ja auch gerne die Nominierung auch annehmen und antreten. Ja, gute Frage. Genau. Ob sie es abgesichert haben? Ich musste dabei direkt an, äh, entweder Blockchain oder Post-Ident-Verfahren denken, ne? Also, Max Otte musste so in die nächste Post-Filiale gehen und musste sich da einmal verifizieren. Am Handy, ja. Guten Tag, Herr Otte. Genau. Gucken Sie mal, einmal, können Sie mal den Ausweis einmal hier so im Bild wackeln? Einmal Hand vors Gesicht, Fingers spreizen und über das Gesicht gehen. Runter, ja, können Sie nochmal? Ich sehe, ich sehe es noch nicht. Bisschen schneller, bisschen schneller. Genau. Einmal ins Fenster gehen, bitte. Einmal ins Fenster, ein bisschen mehr Licht. Ja? Danke. Ja, sehr gut. Ja, so könnte es sein. Ähm, ja, und jetzt, wie gesagt, es ist also ein, gibt's, warum macht man da nicht eigentlich ein Triell? Oh mein Gott, stell dir mal vor, ey, wie. Aber wer soll dieses Triell übertragen? Das ist ja wirklich Horror-Triell. Weiß ich nicht. Tele 5 mit Oliver Kalkofe oder so. Ja, wirklich. Kalkofe läuft nach Kalkofe's Mannscheibe. Frank Walter und dann die beiden Freaks. Nee, und dann müssen die aber wirklich so Games spielen. Ja, stell mir die Schau. Das ist vielleicht das Format, was die machen. Ja, oder so, für mich ist das so ein Format, also, das... Müssen auch so einen Lippentext vom Teleprompter ablesen. Ja, ich würde sagen, das Bundespräsidententriell ist so ein Format, das, glaube ich, sehr gut in Dreisat passt. Dreisat ist so ein Sender, wo man jetzt auch nicht ganz genau weiß, so, was, was, so, wo wollen sie hin mit ihrem Programm? So, das ist so, da sieht man wenig Spannendes, würde ich sagen. Das ist eher so ein bisschen so, es ist dokumentarisch, es ist viel wirklich wissenschaftaufklärerisch und so weiter in dem, dokumentarisch, zeitgenössisch, aber dann doch alles auf so einer Ebene, wo man sagt, okay, das ist auch gleichzeitig ganz schön langweilig. Kann alles mal dabei sein. Also, ich würde sagen, viel Special Interest auch. Und ja, dokumentarisches, definitiv. Und ja, vielleicht auch wirklich mal, dass man gemeinsam auch mal so ein Gedicht, ein Bild oder was auch immer analysiert. Kann alles sein. Meistens aber dann... Das ist das, wo selbst die Arte-Zuschauer drauf gucken und sagen, boah, ist das boring. Oder dann ist es mir zu hoch. Nee, genau, auf Arte ist es ja dann wenigstens Französisch mit deutschen Untertiteln. Ja, oder deutsch mit französischen Untertiteln. In Dreisat ist es dann einfach auch Schweizerdeutsch zum Teil. Aber unübersetzt. Da läuft es einfach so durch. Ist Dreisat denn Schweizer Sender? Nee, aber ist es nicht ein Gemeinschaftssender auch von quasi den öffentlich-rechtlichen... Deutschland, Österreich, Schweiz? Ja, ne? Ja, ja. Deswegen sage ich ja. Da läuft dann auch mal irgendwie so... Einfach auf Schweizerdeutsch läuft es einfach mal so durch. Naja. Ja. Okay, also fände ich toll, wenn es da gezeigt würde, aber auch da erst nach 0 Uhr. Wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern viel zumuten, aber wir wollen den Bogen nicht überspannen. Naja. Da gibt es aber dann auch nachher kein Meinungsforschungsinstitut, was sich bereit erklärt, wirklich die Zustimmungswerte irgendwie abzuklopfen. Wirklich, die streiken. Dass wir dann so über die Insta-Story von RTL morgen Frühstücksfernsehen oder so, weißt du? Da finden die das heraus. Weißt du, wer es leiten könnte, wo du gerade sagst, Frühstücksfernsehen? Mhm. Wer könnte es machen? Ja, ich weiß genau, an wen du gerade gedacht hast, aber sorry, der ist gerade auf Club-Tour. Ja. Na gut, er ist auf Club-Tour. Naja, dann halt nicht. Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen, von welchem Mann wir sprechen. Wissen mehr, richtig. Genau. So, mein Lieber. Also, wir gehen weiter. Das ist das Thema. Das, also am 13.02., Ohren auf, Augen auf. Ich habe gehört, Olivia Jones und zum Beispiel Klaas sind in der Bundesversammlung. Wir haben jetzt komischerweise immer noch keine Nachricht erhalten. Vielleicht nochmal irgendwie bei uns in den DMs gucken, ob da irgendwas eingetrudelt ist. Oder hast du irgendwie eine falsche Adresse angegeben? Ich weiß es nicht. Noch nichts bekommen. Hoffe, das passiert dann in den nächsten Tagen noch. Das machen wir dann in den nächsten fünf Jahren, wenn wir irgendjemanden da erpressen. Ja. Zur Not sperren wir den Frank Walter im Keller ein. Ja, aber der wird ja, der wählt ja selber. Also, der wählt zwar, aber der ist ja, also wir brauchen jemand anderen. Wir brauchen ja jemanden aus dem Bundestag, der uns nominiert. Oder wir beide, du nimmst mich auf die Schultern und wir verkleiden uns als Olivia Jones. Oder wir kommen da so als Joko und Klaas, also so weißt du, wie so Joko und Klaas so Fakes machen, kommen wir dann als Joko und Klaas Fake. So wie die, die diesen Ryan Gosling Fake hatten, sind wir als Joko und Klaas Fake, aber auf der Bundespräsidentenwahl. Ja, das fände ich toll. Oder, ja genau, oder als Günther Jochen und Thomas Gottschalk. Die sind bestimmt auch da in dieser Bundespräsidentenwahl, oder? Also, hallo, als Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die zwei Supernasen, kommen wir da an. Ja, richtig, das finde ich auch gut. Ja, also, Nummer ist geritzt. Jetzt kommen wir aber von einem Präsidenten und mehreren Präsidentschaftsanwärtern zu einem schon Präsidenten, und zwar dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Schon oder noch Präsidenten. Schon oder noch, man weiß es nicht. Ja, auch nicht. Und er hatte jetzt eine Pressekonferenz, auf der er unter anderem auf das Thema Inflation angesprochen wurde. Inflation in den USA, ja gerade noch auf einem höheren Stand als hier in Deutschland. Und irgendwann war die Pressekonferenz dann offiziell beendet. Und er dachte, die Mikros seien aus, als ein Journalist von Fox News nochmal kritisch nachhaken wollte. Und ich glaube, dann hat sich der Toningenieur gedacht, ah ja, da war ja noch eine Frage, ich mache den Sound nochmal an. Davon wusste jetzt allerdings Joe Biden nichts, denn er sagte was, lieber Max? Stupid son of a bitch. Inflation. Stupid son of a bitch. Und genau halt wirklich in diesem Duktus. Und, äh, also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Ja, wenn die ganze Gesellschaft schon verroht, weil das wird doch irgendwie jetzt gesagt so. Ist es vielleicht einfach nur Joe Bidens Versuch, auch die jüngeren Menschen auf einer Ebene anzusprechen, ne? Dass man eben sagt so, ey, ihr redet so, jetzt reden wir auch so. Vor allen Dingen von Fox News, die labern halt den ganzen Tag scheiße. Also sagt er auch, pass auf, ich rede einfach in eurer Sprache mit euch. Und sagt er einfach so irgendwie, shut the fuck up. So, vielleicht kommt das dann einfach, ne? So einfach, nö. So ein bisschen so, ein bisschen Street Talk. Ja, hat ein bisschen was davon. Hätte nur noch gefehlt, dass er ihm den Kaffeebächer an den Kopf geworfen hätte. In diesem Zusammenhang, wenn Dinge, wenn Dinge in Presseräumen fliegen, gibt es ja nichts Schöneres als das Video, wo George W. Bush mit Schuhen beworfen wird, ne? Ja. Aber, hä, was war da nochmal der Hintergrund? Ja, das ist ja ein, ähm, im arabischen Raum ist es eine, äh, starke Beleidigung, wenn man mit einem Schuh beworfen wird. Und ich weiß, es war halt irgendwie, hatte die... Weil die alle so Stinkgefühls haben, oder wie? Nein, es ist, äh, einfach historisch, ich weiß es nicht ganz so, ist halt so, nehmen wir es jetzt einfach mal so hin, you stupid son of a bitch, und, so, und, ähm, das Video, und dann hat ein Journalist halt seine Schuhe nach ihm geworfen, und er hat halt beide geworfen, und das war halt so geil, weil George W. Bush sich halt in dem Kontext so unglaublich lustig weggeduckt hat, weil dieser Schuh kommt, und er macht wirklich so, cartoonesk, so Bewegungen, so, rup, weggeduckt, und nochmal. Und dann ist das so, bei beiden Schuhen so ausgeliehen. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja, siehst du, so ist das Programm hier für den späteren Sonntagabend auch schon gesaved, oder? Ja, richtig, richtig. Wie ich und die jungen Leute sagen werde. Also, sagen wir mal so, ne, Joe Biden, ähm, er, er hat eigentlich alle, also wirklich, er wird ja jetzt 80. Ja. Und er hat einfach wirklich old, also so Grandpa-Status, ne, Bad Grandpa, dieser Film, den langsam hat er jetzt. Also, äh, was machen alte Leute? Pennen ein? Ja. Das hat er ja irgendwo beim, war es beim G20-Gipfel, oder wo war es? Ja, sowas. Also, war, war jetzt schon wichtig. Also, war jetzt schon wichtig. Also, war jetzt schon wichtig. Ich glaube, Weltklimakonferenz. Da mal kurz weggedöst. Ja. Bei wichtigen Sachen, alte Leute, wo man sich denkt, oh, Grandpa. So, dann, bei der Queen zu Besuch, einfach auch mal hörbar einen fahren lassen. Ja. Auch so ein alte, Flaude-Lenz, kleine Flaude-Lenz. Auch ein Ding, bei alten Männern, schwer angesagt. Wurde das eigentlich offiziell dementiert? Nee, ne? Hat man einfach, den hat man so stehen lassen. Ja. Sehr gut. Ja, genau. Und jetzt halt einfach so grumpy und einfach Leute beleidigen. Ja. Weiß nicht. Demnächst irgendwie, also demnächst macht er es so, wenn es dann wieder so Stimulus-Checks gibt, ja, wie werden die demnächst nicht mehr versendet, sondern er kommt persönlich vorbei und zahlt mit dem Kleingeldportmann ne ehemals. Wie so an so einer Supermarktkasse. Ja. So zahlt er demnächst die Stimulus-Checks aus. Da kommst du dann, oder du musst zu ihm und er sagt dann so, hier, kauf dir was Schönes und dann gibt er dir halt so einen viel zu niedrigen Betrag, den er halt noch denkt, also hier für 30 Pfennig kauf dir irgendwie was Schönes und die Leute sagen also, Grandpa Joe, dafür können wir uns heute überhaupt nichts mehr kaufen oder, und dann sagt er so, ja, warte, ich gucke mal noch im Kleingeldportmann und dann kippt er das so vor dir aus und sagt so, können Sie mal so das zusammensuchen? So, so teilt er dann demnächst, wie gesagt, die Stimulus-Checks in den USA aus. Ja, das ist, genau, das ist nämlich ja immer wirklich der Style von alten Menschen. Ja. Nicht mal, dass sie lange brauchen, um Kleingeld zusammenzusuchen, sondern einfach irgendwann Portemonnaie so hinwerfen. So, mach halt selbst. Ja, finde ich gut. Also, das steht uns vielleicht noch bevor. Was kann er noch machen, was so alte Leute machen, vielleicht so? Ich würde sagen, auf der Pressekonferenz steht demnächst kein Wasser mehr, sondern einfach so eine warme Milch mit Milchhaut. Trinken das alte Leute? Ja, weißt du, sowas. Holt sich irgendwann so ein Werthersechter aus der Tasche? Ja. Könnte auch noch ein Ding sein? Oder fängt sich so an zu räuspern? Ja, ich glaube, das passiert schon. Ja. Das wäre, glaube ich, gar nicht so neu. Okay. Ja, vielleicht ist eine Liste, die machen wir jetzt mal auf. Die kann aber jetzt auch wöchentlich gerne erweitert werden. Ja, finde ich auch gut. Oder? So, wirklich. Vielleicht machen wir da mal so ein Open Document. Ne? Wir teilen den Link einmal und so eine Checkliste. Ja. Ja, 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 ja. Und dann, genau, da können wir kollaborativ dran arbeiten mit der ganzen Hörerschaft und vielleicht sogar auch weltweit. Wird ein weltweites Projekt draus, denke ich. Größer als damals die Unterschriftenaktionen zum Thema Rauchverbot in Bayern. Lieber Max, das war unser Sleepy Joe, aber weniger geschlafen wurde ja seinerzeit auf der Insel. Ja, da haben wir ja jetzt schon in den letzten Wochen drüber berichtet. Boris Johnson Wine Fridays. Ja, und ich glaube, Erkenntnisstand in der letzten Woche war noch, ja, es wurde gefeiert, er wusste ja erstmal gar nicht, dass es sich dabei um eine Party handelt, er war da in was reingeraten, aber im Wesentlichen hat das Ganze auch draußen stattgefunden. Ja. Jetzt wurde irgendwann dann das Scotland Yard eingeschaltet, unter anderem wohl deshalb, weil man herausgefunden hatte, ja, das waren ja jetzt nicht nur irgendwelche kleinen Zusammenkünfte, die draußen im Garten stattgefunden haben, nein, es wurde auch indoors und mit mindestens 30 Leuten Boris Johnson 56. Geburtstag gefeiert. Ja. Wo man jetzt natürlich die Frage stellen muss, hat er da auch noch gedacht, das sei jetzt keine Party, sondern einfach eine ganz normale dienstliche Veranstaltung oder wie kann man sich das erklären? Ja, er dachte, es wäre vielleicht ein Geschäftsessen. Ja. Ja, vielleicht haben sie ihm auch, also da will ich jetzt noch fragen. War vielleicht eine Überraschungsparty. Weiß man nicht. Ja, das wollte ich gerade sagen. Schon wieder in irgendwas reingeraten. Ja, wirklich, er kam an und hatte irgendwie noch gedacht, ich weiß nicht. War irgendwie, war vielleicht dann zu der Zeit auch irgendwie eine blöde Serie. Ja. Also Serie im Sinne von, erst geht's los, es ist schon Corona und dann kommst du irgendwie von einer Party in die nächste, ohne es eigentlich gewollt zu haben. Ja, ja, und er sagte noch die ganze Zeit, Leute, komm, ihr müsst gehen und er wurde einfach ignoriert. Ihr wisst doch, es dürfen sich hier höchstens zwei Haushalte treffen. Ja, wirklich. Aber du kennst ja englische Familien, die können ja in gewissen kreisen. Ja, ja, wir sind eigentlich nur eine große WG, haben dann alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt. Und da drücken wir mal ein Auge zu, Boris, oder? Waren auch die gleichen, die es jetzt an Scotland Yard geleakt haben wahrscheinlich. Ja. Weißt du eigentlich, dass der Alexander, Boris und dann kommt De Feffel? Also F-E-F-F-E-L. Aber das klingt irgendwie so ein bisschen holländisch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich finde, er hat der, ich finde, qua seiner Frisur hat er auch ein bisschen so was skandinavisches. Ich finde, von der Frisur her könnte er auch dieser Rufschmied von Michel aus Lönneberger sein. Alfred. Heißt du nicht Alfred? Möglich. Alfred Michel Lönneberger. Ja, natürlich. Das ist doch unser Alfred. Ja. Der Knecht. Ja, bitte vielleicht auch mal alle googeln und sich vor Augen halten und dann nochmal den Abgleich machen. Ich mache vielleicht nochmal ein kleines Rating auf Instagram und können sich alle nochmal anschauen. Also. Finde ich gut. Er hat die Kacke am Schuh. Das halten wir fest. Die Frage, die wir ja auch schon letzte Woche angesprochen hatten. Ukraine-Konflikt. Ja, der General, der in Verruf geraten war, mittlerweile Geschichte, zack, direkt weg, der sich da als Putin-Versteher geäußert hatte. Jetzt so ein bisschen die Frage, du hast es eben schon durchklingen lassen, mit deiner Agenda als Bundespräsident, du würdest auf jeden Fall Waffen liefern. Aktuell ist es ja aber eher so, ja, wie ist die Rolle von Deutschland irgendwie in der ganzen Nummer? eher unentschlossen, könnte man sagen. Ja, ich hatte eine. Nimmt man irgendwie aktiv teil an irgendwelchen Gesprächen oder ist es mehr so? Also ich hatte, ich hatte eine sehr große Debatte dazu. Ja. Im familiären Kreis, wo, ja, auch final nicht geklärt werden konnte, in welche Richtung es denn jetzt geht. Also, ja, und, und, und wer jetzt irgendwie recht liegt und warum das Ganze passiert und das natürlich ein, ein geopolitisches Aufstacheln und Aufwiegeln natürlich hier stattfindet, also auf der einen Seite die Gedanken, warum passiert das gerade? Natürlich eine neue Regierung in Deutschland, die ja im Endeffekt, die, äh, im Kontext Europas die einzigen sind, die ja, äh, Russland die Stirn bieten kann, sozusagen, sagen, die irgendwie auf zumindest politischer Augenhöhe mit, äh, Russland, äh, in, in diplomatische Verhandlungen gehen können, vielleicht noch Frankreich, äh, und deswegen sitzen ja jetzt Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland an einem Tisch und diskutieren und, äh, verhandeln, ähm, dass das natürlich der eine Grund ist, um so ein bisschen die Grenzen auszutesten nach der, äh, nach der Regierung Merkel oder der, ähm, der Amtszeit von Angela Merkel, ähm, natürlich auch der starke Druck aus den USA, sich dort zu positionieren, ähm, was natürlich wieder ein, also, dass man, dass natürlich auch da die Frage aufkommt, ist es eben sehr stark forciert, diese Haltung gegenüber der Ukraine einzunehmen, die natürlich sehr stark, äh, geprägt ist von einem, von einem amerikanischen Interesse und, äh, es vielleicht an der Stelle, äh, wieder eher so was ist, wie vielleicht auch in vielen vergangenen Debatten, ähm, dass es Europa nicht hinbekommt, als so aufzutreten, eben zu sagen, okay, ähm, Europa als Bollwerk gegen Russland für den Amerikaner, die natürlich auch sehr weit weg sind und, ähm, der, der europäische Weg mit Russland, es muss ja irgendwie eine Einigung geben, weil es ein direkter Nachbar ist und irgendwie, ähm, auch da natürlich, äh, ein Wirtschaftsraum besteht, äh, ist es natürlich sehr schwierig und, und auch da wieder schafft es vielleicht dann ein Verein des Europa nicht klar, äh, sich zu positionieren und, und auch klare Kante zu zeigen, das ist vielleicht so ein bisschen die Gemengelage, äh, in der man sich gerade bewegt. Überhaupt nicht, ne, also, wieder mal überhaupt kein einheitliches, einheitliches Auftreten, also, man hört halt die ganze Zeit, es gibt irgendwie die USA, auf der einen Seite, ne, mit einem sehr klaren Kurs, ne, gegen Russland oder auch da, wie gesagt, ne, also auch sich aufzuplustern, dann gibt's auf der anderen Seite Russland, dann gibt's die Ukraine, die jetzt gerade so die, die Leidtragenden sind, und dann, ja, gibt's irgendwie relativ wenig dazwischen, würde ich eigentlich sagen, ne, und Deutschland verhält sich da halt eher gerade als Neutrum, also, ich bin jetzt gar nicht irgendwie dafür, dass man, äh, hergeht und sagt, ja, alles klar, los geht's, hier, hier sind die Waffen, oder, alles klar, äh, wir halten ein ganz klares Bekenntnis zu Putin, aber irgendwie, sich zu verhalten, irgendeine Position zu haben, und da sehe ich irgendwie gerade relativ wenig. Ja, und auch mehr als nur, so sag ich mal, immer diese Lippenbekenntnisse zu sagen, so, das geht nicht, und wir, äh, souveräne Staaten sind uns wichtig, sondern irgendwie eine, ja, also so, es geht ja schon ein bisschen darum, ne, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die richtige Analogie ist, aber so vom Grundgedanken her zu sagen, äh, einem aufmüpfigen Kind, äh, das seine Grenzen austestet, ist es, glaube ich, extrem wichtig, da, verbindlich, und das muss ja auch nicht, äh, böse oder irgendwie mit Gewalt zu tun haben, sondern verbindlich die Grenzen irgendwie aufzuzeigen, und es gibt ja interessanterweise, das war auch nochmal ein Teil der Debatte, was ja immer wieder angeführt wird, ist, äh, die, die, die Abkommen zur NATO-Osterweiterung, mhm, warum jetzt die Ukraine auf einmal sich der NATO anschließen will, obwohl es ja in den Verträgen darum, äh, mal gesagt wurde, dass es eine gewisse Grenze gibt, bis wohin die NATO sich eben in Richtung Osten erweitern darf, und darüber hinaus war das bisher? Ja, das ist, äh, gehört Polen zur NATO? Nein, nein, also eigentlich, eigentlich ging es, war das mal, also Deutschland war so die Grenze, und dahinter nicht mehr, ja, äh, deswegen ja irgendwie, ähm, darum ging es halt eigentlich mal, ähm, ähm, aber wenn man halt dann ein wenig, und das ist ja auch ein Großteil der Grundlage, über die Putin halt, äh, geht, wenn man aber jetzt ein bisschen recherchiert, dann gibt es halt keine offiziellen Dokumente und auch keine offiziellen Vereinbarungen oder Aussagen darüber, dass es diese, äh, diese Vereinbarung zur NATO-Osterweiterung überhaupt gab, heißt also, ähm, da kann man jetzt eben, hat man vielleicht nicht die Grundlage, auch da fehlt wieder so, äh, da wird wieder viel, äh, rumdebattiert und, und, und vieles erzählt und, und viel, ähm, ja, es ist so, es ist so viel Unklar und wie gesagt, und es ist da nicht irgendwie mal so eine klare Haltung, sondern es ist dieses Aus, also es ist dieses sehr politische, jetzt bin ich nicht in der Situation, und es ist das von außen. Politisch, diplomatisch, man, genau. Es ist das immer sehr einfach von außen zu sagen, so, ja, man könnte das ja alles klarer machen, aber vielleicht ist es das manchmal, was ja auch, äh, in vielen Debatten fehlt, ist diese, vielleicht ab und zu in diesem ganzen Wust an Informationen, ist, äh, ist es vielleicht dieses, äh, dieses Chaos und ich habe ein ganz, es gibt gerade ein tolles Netflix, äh, Netflix-Special von Aziz Ansari, ähm, Wer ist Aziz Ansari? Äh, der hat unter anderem die Serie Masters of None gemacht und bei Masters, äh, und bei Parks and Recreation mitgespielt und hat schon einiges an Netflix-Specials, an so ein Stand-up-Comedian, ähm, und der hat sich da auch ein bisschen gewandelt, früher hat er halt so eher, äh, populäre Themen gemacht, äh, Pop-referenzielle Themen und jetzt geht es so ein bisschen so ins, äh, mehr ins Reflektierte, auch so politische Themen kommen rein und er hat so, das ist so ein halbstündiges Special nur, was er im Comedy-Special gemacht hat und da hat er gesagt so, ja, ähm, es ist doch schon verwunderlich, ähm, ähm, also dieses Verständnis für einander und der Dialog miteinander ist so wichtig, weil, äh, weil, weil Informationen, die können halt so stark verwirren und einen so durcheinander bringen und, ähm, wie wichtig Informationen doch sind, sieht man daran, dass die wertvollsten Unternehmen der Welt die Unternehmen sind, die halt mit Informationen handeln. So, und, und in dieser Zeit, wo das das größte Gut ist, ähm, muss es doch auch irgendwie Spielregeln geben und muss es doch auch irgendwie Möglichkeiten geben, genau dieses Thema für die Menschen, ähm, so zu strukturieren, dass man mit der Komplexität der Informationen besser umgehen kann und, und auch, dann hat das natürlich auch Informationsvermittlung auch was mit Kommunikation zu tun und wenn ich jetzt da so ein bisschen abstrakt irgendwie daherrede, geht es aber eigentlich irgendwie am Ende darum, so, äh, Klarheiten zu schaffen, äh, klarer zu kommunizieren und ich glaube, das ist dann auch, das gilt nicht nur für uns im Persönlichen, sondern das gilt dann eben auch auf dieser politischen Ebene weil es eben immer unverständlicher wird auf so vielen Ebenen und das halt auch für Unverständnis dann vielleicht sorgt, äh, und, und Misstrauen in die, in die Regierung, ne, also, weil vielleicht Leute sagen so, wie sieht es denn jetzt aus, auf wessen Seite muss ich ja eigentlich sein, so, auf wessen Seite bin ich, auf der Seite der Amerikaner, bin ich auf der Seite der Russen oder wer ist jetzt hier der Gute, wer ist der Böse, gibt es das überhaupt, vielleicht gibt es das gar nicht, aber zumindest erstmal, der Gedanke, Krieg ist nicht gut, aber warum entsteht der eigentlich und das kriegt man alles gar nicht mehr irgendwie in dieser Menge an Informationen auf die Reihe und dann müssen wir nebenbei die ganze Zeit noch drauf achten, dass wir wissen, wer ist gerade bei Mars Singer unterwegs und, äh, wem fehlt jetzt gerade ein Zahn im Dschungel-Camp, so, das ist halt einfach, Ja, da kommen wir ja zum Glück nachher noch zu, da sind wir ja die wesentliche Instanz, die das irgendwie abbilden kann, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall, und das kann man dann vielleicht so zusammenfassen, ein Sehnen, ein sich Sehnen nach klaren, einfachen Botschaften, ne, und, das ist eben gerade nicht vorhanden. Für mich würde schon reichen nach klaren Botschaften, das kann ja nicht mal alles einfach sein, das ist auch klar, aber, zumindest klare Botschaften ist, glaube ich, das, was man vielleicht versuchen sollte, den Leuten wieder mitzugeben. Was aber vielleicht auch klar ist, ist eben auch die Tatsache, dass es diese wirtschaftlichen Interessen gibt, einerseits Nord Stream 2, ja, auf deutscher Seite und eben dann auch die Energie, ja, die Wärme, ja, sonst wird es kalt hier, im Winter insbesondere, die man ja auch von Russland bezieht und dann hat die USOA scheinbar schon angekündigt, ja, falls da der Gashahn zugedreht wird, Saudi-Arabien, auf die USA kann man sich verlassen, ja, man soll doch wieder auf Öl aus, also, ich glaube aus dem Oman oder, nee, Öl, ich glaube auf Öl, Katar, Katar und Saudi-Arabien, soll man da mal hingehen, also, das ist dann auch so, ja, ist das die Alternative jetzt? Würde ich gerade sagen, da handelt man ja auf jeden Fall mit den Richtigen. Und ist es nicht mit den Saudis so, dass den Deal noch Donald Trump auch mit eingefädelt hat? Ja, ja, also das ist ja dann, und auch da wieder, das ist dann wieder so, und ab dem Zeitpunkt müsste man sich doch in Europa überlegen, also, wenn jetzt die Wahl irgendwie dazwischen, zwischen irgendwie, also, Wladimir Putin und einer Annexion, weiteren Annexion in Russland, äh, in der Ukraine, oder halt Geschäften in Saudi-Arabien und Katar, ja, sollen wir nicht mal vielleicht anfangen, irgendwie zu gucken, ob es noch alternative Energiemöglichkeiten gibt, die wir irgendwie hier selber hinkriegen oder irgendwie mit anderen Ländern in irgendwie in einem, in einem Pakt mit irgendwie Nordafrika, ähm, gemeinsam hinbekommen und irgendwie das Thema, äh, Solarenergie forcieren und solche Sachen, also, wäre das nicht dann der logische Gedanke und zu sagen, so, ja, wir versuchen es erst mal so auch für uns jetzt? Könnte man ja auch mal überlegen. Könnte man auch mal überlegen. Robert, ihr haltet euer Gas, ja, Robert gibt Gas, Junge. Robert gibt aber sowas von Gas, ne, da, äh, kann er aber jetzt mal hier die, 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 die Windräder, äh, aufbauen, aber Flux, sag ich dir mal. So. So, so ist also da die Lage. Ähm, wir wissen ein bisschen, dass wir noch relativ wenig wissen, wissen, nicht vermisst wiederum, hat ja scheinbar Steffen Salbert, Angela Merkel, wir sind über diese Schlagzeile gestolpert und dann hat sich herausgestellt, ist es eine, ja, er hat sie nicht vermisst, weil er sie jeden Abend sieht. Das war nur eine Liebeserklärung. Ja, richtig, genau. Ja, er war im Süddeutschen Magazin und genau, die Headline, die die Bild dazu hatte, war, Steffen Salbert vermisst Angela Merkel nicht. Nach 15 Jahren Regierung vermisst er Angela Merkel nicht, denn er hat sie schon danach privat gesehen und man dachte sich so, ist das dieses sogenannte Clickbaiting, hat da die Bild-Zeitung, ähm, also wirklich Machenschaften, die man einer Bild-Zeitung beispielsweise nie zugetraut hätte, oder? Nee, wirklich, also das fand ich wirklich nicht gut. Nein, aber in dem Zusammenhang eigentlich auch mal nicht, ja, bitte. Es war kurz davor, dass Steffen Salbert dann aber auch wirklich zugegeben hätte, ja, jetzt wo, die offizielle, oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Nein, ich wollte es irgendwie liebevoll verpacken. Ach so. Ich hätte halt eher gedacht, dass sozusagen zum Ende ihrer offiziellen Zusammenarbeit er jetzt verkünden kann, dass sie eine Dreiecksbeziehung jetzt haben. Also, Steffen, dann, wie heißt der nochmal, der Herr Sauerteig und Angela Merkel halt. Heißt ja Manfred Sauer, glaube ich, oder? Mhm. Kann sein. Weiß er auch nicht mehr so genau. Vergessen. Naja, ich sage immer Angela Merkels Mann. Das kann ich mir besser merken. Aber wenn man vielleicht nochmal wissen möchte, was für ein witziger, cooler, lässiger Dude Steffen Salbert ist, da empfehle ich ja immer die Folge Durch die Nacht mit und da sind wir ja wieder bei Arte, Durch die Nacht mit mit Olli Schulz und dem Schauspieler Tom Schilling, die sind nämlich zusammen in Berlin unterwegs und machen auch kurz Halt am Bundestag bei Steffen Salbert und einen stockigeren Aufschritt habe ich wirklich selten gesehen. Also, große Empfehlung. Ah, er heißt übrigens Joachim. Stimmt, wir haben auch schon mindestens 100 Mal über ihn gesprochen, aber nie gelernt. Okay, ich würde sagen, mit dem, also von Joe Biden zu Joe Sauerteig geht es jetzt rüber in die Panorama-Kategorie. No drama. Panorama. What are you doing? Ja, und da können wir eigentlich gleich weitermachen, weil ich habe nochmal jetzt gerade, ich wollte recherchieren, wie denn der gute Mann von Angela Merkel heißt, Joachim Sauer. und jetzt können wir eigentlich weitermachen, denn da in der Google-Suche ist das Erste, was ich angetroffen habe, war Angela Merkel, Mann und dahinter kam direkt Trennung. Und ich habe einen Artikel vom 22.09. Siehst du, ich habe das eben nur als Scherz gemeint und jetzt bewahrheitet sich das auf einmal wirklich. In touch, in touch.wunderwey.de Angela Merkel und Joachim Sauer traurige Trennung nach 22 Jahren Ehe. Seit 22 Jahren sind Angela Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer verheiratet. Doch nun hat sich das Paar für eine räumliche Trennung entschieden. Muss sich die Kanzlerin nicht nur von ihrer Macht, sondern auch von ihrer Ehe verabschieden? Also ich glaube, ehrlich gesagt, das steht schon seit langem fest, denn ich erinnere mich noch daran, das war irgendwie, glaube ich, eine Veranstaltung von irgendeiner Frauenzeitung, also ich glaube, bunte oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls wurde Angela Merkel gefragt, und das ist schon so drei, zwei, drei Jahre her, ob sie sich eigentlich vorstellen könnte, sich in ihrem Leben nochmal so richtig zu verlieben. Und da hat sie eine ausweichende Antwort gegeben, aber man hat schon gemerkt, sie war emotionally touched von dieser Frage und ich glaube, vielleicht wusste sie es damals schon. Sie hat sich gedacht, komm, ich ziehe hier meine Amtszeit noch durch, aber dann geht es los. Ja, mit der Harley Davidson runter, die Route 66, mit Steffen oder wem auch immer. Vielleicht auch erst mal einfach allein. Sie ist jemand, sie ist eine Lady, sie lernt immer Leute kennen, oder? Ja, also das war mir gar nicht bewusst. Weißt du, jetzt so aus dem Standgreif, wo Angela Merkel aus dem Stand, wo Angela Merkel hinzieht? Ich habe mal gehört, dass Hamburg in der Diskussion sein soll. Ja, genau. Sie hat eine Villa in Blankenese gekauft und da zieht sie hin. Aber alleine? Ja, jetzt pass auf. Sie geht dort hin, denn da wurde sie 1954 geboren. Okay. So, und da wohnt immer noch Tante Gunhild und viele andere Verwandte wohnen immer noch da. So, jetzt ist aber ihr Mann, der ist ja noch berufstätig. Jetzt kommt die große Frage, was ist der Mann von Beruf? Nicht Physiker, oder? Doch, Physikprofessor an der Humboldt-Universität und der hat gerade seinen Vertrag verlängert. Und er sagt halt, ich will aber in Berlin bleiben. Hier ist was los, hier ist ein Hotz, also hier ist es hot, ja, wirklich, hier ist es angesagt, Trendvulkan Mitte, du kennst die Outfits von den beiden, so. Ja, ja, klar. Und er sagt halt so, ey, Hamburg, ja, schön und gut, aber sind wir ehrlich, Berlin ist, nee, ich kann hier nicht weg, hier ist, wo es passiert, Angie, hier geht's ab, ne, hier ist was los. Hier könnte ich jeden Tag wirklich nichts, die neuesten Trends verpassen und so. Ja, und Angela will aber jetzt so ein bisschen mehr, die sagt, ey, Achim, Joachim, reicht mir jetzt mal. Ich will einfach auch am Samstagmorgen, will ich jetzt mal ganz in Ruhe. Vor der Haustür, ich hab keinen Bock. In Hamburg, in Berlin kennen sie mich doch alle. Ich bin mal in Hamburg, da kennt mich keiner. Ja. Ja. Ey, dann, während Joachim Sauer jeden Sonntag immer noch da zu After Hour in die Panorama war. Ja, wirklich, ey, da sagt er, das gebe ich jetzt nicht auf. Aus dem Rhythmus komme ich nicht raus, das will ich nicht. Er hat sich die sogenannten Stoßzähne immer noch nicht abgestoßen. Ja, ja, wirklich. Ja, und Angie sagt halt echt so, ich bin echt, die ist auch wahrscheinlich ein bisschen so, die ist auch müde, die sagt, ja, Achim, ich hab echt geackert, so, ich bin richtig, ich bin richtig durch, so Luft ist raus, mein Lieber. Ja. Nicht, dass die uns direkt zusammenklappt da und irgendwie so richtig direkt alt wird. Ja, weiß ich nicht, glaube ich gar nicht mal unbedingt. Die blüht noch mal so richtig auf. Ja. Weiß ich nicht. Aber es ist auch so, wo zieht sie hin, also wo könnte sie denn hinziehen, um, wo sie nicht erkannt wird? In Deutschland meinst du oder du meinst weltweit? Egal wo. Du darfst dir was aussuchen. Ja, ich würde sagen, ich formuliere es anders. Ja. Was ist der nächstgelegene Ort, an den sie ziehen kann, wo sie nicht mehr erkannt wird? Ja, danke Richard für die Frage. Ich, ich hätte eigentlich erst gesagt, Ostdeutschland. War auch mein erster Gedanke. Aber da erkennt man sie, aber eigentlich nur aufgrund des Hasses. Deswegen scheidet das für mich ein Stück weit aus. Sieht so als Provokation in dieses Nazi-Dorf da. So wohnt dann da und hat dann da irgendwie so eine, ja, hat dann immer halt irgendwie so den, den, ja. Ständig, ständiger Stress mit anderen Bewohnern da, ne? Ja, wirklich. Ja, nee, glaube ich, das ist es nicht. Ich hätte ja direkt gedacht, erster Gedanke, sie macht eine, wahlweise, Yoga-School oder Diving-School auf Bali auf. So weit, denkst du, muss sie weg? Könnte sein. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man fliegt. Ja, ich sag nur, also denkst du nicht, dass sie in so einem, auf einem guten Baltikum, je nachdem, wo du bist, ja, weiß ich nicht, jetzt in so einer armenischen Kleinstadt. Um guten Baltikum. Auf so einer, in so einer armenischen Kleinstadt. Welche fällt dir da ein, beispielsweise? Da weiß ich nicht. Vielleicht reicht ja schon Slowenien. Laibach. Ja, sowas. Ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Zu nah dran. Zu nah dran. Glaube ich nicht. Es sind auch Slowenien zu viele deutsche Touristen. Ja, oft gehört schon zuletzt. Okay. Ja, oder, Mann, die wird überall erkannt. Mykonos. Das ginge. Griechische Inseln. Je nachdem. Sie Mykonos, wie den ganzen Fußballbros. Ja, wobei, ganz ehrlich, geht nicht. Griechenlandkrise, damals, da war jetzt Merkel auch eher ein Feindbild, ne? Ja. Geht auch nicht so richtig. Ich sag, die muss schon weiter weg. Also, es muss wahrscheinlich schon eher Asien sein. Irgendwie sowas wie Emirate, Dubai oder so. Ja, gut. Da ist sie auch komplett verschleiert. Ja, erstens, sie ist verschleiert. Also, wer sie da erkennt, würde ich sagen, Chapeau. Es wäre aber auch andererseits komisch, wenn in Dubai lauter Leute rumlaufen würden, die die ganze Zeit erwarten, dass Angela Merkel da verschleiert rumläuft. Weißt du? Ja, wenn du stellst mal vor, dass du den Wahn und hebst die ganze Zeit diese Tücher hoch. Weil du halt in diesem, in dieser, ja, in dieser wirklich. Das ist wirklich wie so eine Kiffervision. Ich denke, ich treffe morgen Angela Merkel verschleiert. Ja, wirklich. Simon Dessio dreht durch. Naja, so könnte es sein. Werden wir sehen. Ja, oder sie zieht wirklich, ja wirklich, sie zieht nach Blankenese, langweilig. Ich habe jetzt gedacht, sie macht es wie die ganzen Influencer und zieht nach Dubai und klagt sich dem Bundeskanzlerinnen-Account aus Insta wieder zurück und sagt dann so, jetzt jeden Tag so Follower und sagt dann so, hey, hier meine, hi ihr Süßen, hier meine neue Beauty-Routine. Ich bin hier gerade irgendwie im, weiß ich nicht, Five Star Palms Jumeirah und hänge hier ab, habe hier gerade irgendwie Nina Aogo getroffen. Wir wollten eine Runde walken und danach ein bisschen so Mental Health mit uns machen, so, ne, voll süß, habe hier die neue Leggings von Shein an, die ist super sweet, ne, die hat tolle Farben, ist von innen gefüttert und wirklich, also, ist meine Lieblings-Leggings, Leute. Ciao, wir sehen uns morgen. Ich habe aber, by the way, gerade nochmal nachgeschaut, sie hat ja diesen Account trotzdem behalten, ne, also, es gibt diesen Account noch, der heißt ja jetzt Bundeskanzlerin Merkel einfach, blauer Haken. ausgeschrieben. Ja, ausgeschrieben und dieser Karriere stünde eigentlich nichts im Wege, aber ich sehe, die Posts lassen zuletzt zu wünschen übrig, letzter Post am 8. Dezember, ein Foto von ihr und Olaf Scholz und ich würde sagen, er guckt durchaus ein bisschen schlumpfig rein, da wird schlumpfig gelacht und sie hat doch jetzt mal so ein wirklich, also, Diana zu Löwen, nimmt uns die ganze Zeit mit. Ja, pass auf, und übrigens ihre letzten Highlights, also in der Highlight-Section oben, Zapfenstreich, das sind die Story-Highlights. Und dann pass auf, dann so saufen mit den Jungs. Das wäre auch gut, aber also Story-Highlights, Zapfenstreich und dann nächste Story-Highlights, MPK-2.12. War doch da, als wir den Scholz, als wir den Laschet so richtig in die Pfanne gehauen haben. Ja, aka. Also, Max, ich finde, ganz toll. Also, das finde ich gut und sie hätte jetzt, guck mal, Diana zu Löwen, nimmt uns mit, hat sich eine Wohnung in Berlin gekauft, renoviert die gerade. Super. Das hätte ich mir jetzt gewünscht, dass Angela das vielleicht auch mal und nimmt uns so mit und sagt dann so, hey Leute, kurze Abstimmung, lieber hier so in der Küche, die Wandfarbe Taube oder doch lieber Mandarine, sagt ihr doch auch mal was hier so und nochmal großen Dank an hier, weiß nicht, Ausstattungshaus Selge Müller in Blankenese hier, die mich dabei unterstützen, riesen Support und mit meinem Code Bundeskanzlerin Merkel15 irgendwie kriegt ihr jetzt irgendwie 20% Rabatt bei eurem nächsten Couchkauf. So, ne? Love it. Ciao. Peace. Ja, das wäre richtig merkwürdig, wenn Angela Merkel auf einmal Werbung machen würde für Home24 oder Koro. Ja, Athletic Greens. Ja. Ja, mit dem probiotischen Komplex und so. Ich habe einen stressigen Tag. Ja, wirklich. Das ist gar nicht mehr glaubwürdig jetzt. Ja, ja, wirklich. Ja. Sie hat doch, dachte ich, immer noch diese, wie viel waren es, fünf oder acht Mitarbeiterinnenstellen? Ja, weil die wusste, die Renovierungsarbeiten in der Villa werden länger dauern. Da war nicht die Rede davon, fünf polnische Gastarbeiter einzustellen. Darf ich die aussuchen, wenn ich da einstelle? Du darfst sie mitnehmen, aber du darfst das selber aussuchen und dann hat sie einfach so eine Handwerkerkolonne einfach eingestellt. Ja, 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 ja. Jetzt war die Frage, du darfst dir, du warst jetzt durch Zufall bist du jetzt Bundespräsident geworden, gut, wir stellen zurück, dass du da von der AfD nominiert wurdest, aber egal, du hast dann gewonnen am Ende, super, hattest fünf, sagen wir mal, fünf tolle Jahre, hast auch richtig was bewegt und jetzt darfst du dir, wir sagen, der einfache Teil war drei. Drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussuchen und jetzt sage ich einfach mal, damit das nicht ganz so einfach wird, die dürfen ein monatliches Bruttogehalt von 5000 Euro nicht übersteigen. Okay. Jeder. Welche drei, und egal welche Jobs, die dürfen machen, was sie wollen. Wen nimmst du? Ja, ich hätte ja erst gedacht, ich stelle mir da so ein Experten-Team zusammen mit richtig Prominenten, ja, aus den allerverschiedensten Bereichen, jetzt ist aber das Ding, die wollen natürlich für 5000 Euro, also ich bin, du weißt, jetzt höchstens Martin Semmelrogge. Ja, so Kategorien hast du da, das sind irgendwie Leute, die beim Dschungelcamp nicht genommen wurden. Ja, weil in der Kategorie hast du dann eher Leute, die wirklich eher zum Hausbesetzer werden und ganz schnell dein Problem werden können, weil du ständig mit dem beim Arzt bist, weil die irgendwie gesundheitliche Blessuren haben und sonst was, Ja, für 5000 Euro kriegst du wahrscheinlich den Typen, der da aus dieser Boris Becker-Willa auf Mallorca nicht mehr ausziehen wollte. Ja, wirklich. Ja, aber vielleicht kann man dir anders rangehen, dass man sagt, okay, vielleicht kriegst du ja für 5000 Euro einen arbeitslosen Arzt. Ja, der musste beispielsweise, ich weiß nicht, wenn er schon nicht parteilos ist, dann arbeitslosen Arzt. Ja. Ja, nimmst du einen pensionierten Arzt. Pensioniert, so, da haben wir es doch. Das ist ja irgendwie ganz, Aufstocker. Der will ein bisschen aufstocken, will sich was dazu verdienen, hast du schon mal einen Arzt. Arzt kannst du irgendwie immer brauchen. Alle möglichen Lebenslagen, dann denke ich auch, sehr wichtig, Anwalt. Ständig hast du ja als... On Retainer, On Retainer, würde ich denken, für 5000 Euro, ja. war glaube ich auch, Chris aber auch glaube ich, keinen richtig guten Anwalt für, würde ich jetzt sagen. Kriegst du einen Anwalt, der in einer armenischen Kleinstadt studiert hat. Den nehmen wir noch mit ins Team und ich denke, dann muss es eigentlich sein Personal Coach, oder? Damit man auch fit bleibt. Guck mal, du hast, ja wobei, das könnte vielleicht der Arzt machen, eine Personalunion. Da brauchen wir jetzt nicht noch einen Coach, das ist Quatsch. Wir brauchen vielleicht dann noch... Ja, aber was für einen Arzt willst du denn? Also du, ja okay, so dass er dich auch mal zu Hause mal eben operieren kann. Ja, nee, der ist auch so, der ist für meine physische und psychische Verfassung, ist dieser Arzt zuständig. Da brauche ich jetzt nicht noch unbedingt einen Coach. Der muss mir irgendwas spritzen, gut ist. Anwalt wichtig, ja und wen brauchen wir noch? Ich denke, dann noch jemanden, der stark ist. Ja, also... Der mal ein Gurkenglas aufmacht. Ja, also ich würde sagen, ehemaliger... Ja, den Typen hier, den vom Jogelcamp. Boxer. Den hier, den Filmproduzenten und Türsteher. Richtig, so ein Kaliber, ganz genau. Oder den Markwort. Ganz genau. Weißt du, das wäre geil, den Markwort. Der wohnt dann bei Angela Merkel in einer WG. Jetzt stell dir doch mal vor, den Typ hättest du, da machst du doch richtig Eindruck. Du machst Schlagzeilen und Eindruck. Besser geht's nicht, oder? Also ich würde ganz anders entscheiden. Ja, da bin ich gespannt. Also als allererstes ein Koch. Ja, okay. Für 5000 Euro kriegst du einen sehr, sehr guten Koch, der für mich morgens, mittags, abends wirklich tolles Essen macht. Das ist die erste Abendshandlung. Love it. Dann eine Haushaltshilfe, die wirklich meinen ganzen Haushalts... Aber so Premium, weil 5000 Euro. Die putzt, die wäscht, die kauft ein, die macht alles. Die regelt meinen Alltag. Ja. So komplett. Okay. Und dann, ja, ich glaube dann als drittes vielleicht so diesen Arzt, fände ich nicht verkehrt. So, aber vielleicht sogar noch eher als Arzt, weil da gibt's ja, wenn der für 5000 Euro kriegst du nicht so gute Ärzte und du hast ja immer noch Pensionen, die du kassierst, dann vielleicht wirklich eher doch so ein... Einen sehr spezialisierten Arzt. Nee, vielleicht, dann hole ich mir so einen Schreiber. Nee, bitte pass auf, stell dir vor, und du hast dann so einen Arzt und dann stellst du dich heraus, der ist halt so Allgemeinmediziner, der früher einfach nur die Leute zu Fachärzten einfach geschickt hat. Der hat mir selbst gar keine Ahnung. Voltaren, immer nur Voltaren. zu Hause sechs angefangene Packungen Voltaren. Da so rumliegen. Und ein bisschen Aspirin hat er auch noch. Ja. Wobei, das wäre natürlich nicht verkehrt, wenn du einen Arzt hättest, der dir natürlich dann auch Medikamente ausstellen kann, weil, also weißt du so, da kannst du ja noch andere Sachen mitmachen. So wird ein sogenannter Schuh draus. Ja. Dann wäre ich aber dann in Berlin geblieben. Ich sage ja, das ist ein Grund für den Sauer. Also ich hätte, ich hätte so einen Schreiber mir vielleicht engagiert. Also so, irgendwie so, den Stuckrad Barrett zu sagen, pass auf, ich bin ja ehemaliger Bundeskanzler, Bundespräsident sind wir ja, und, ähm, 5000 Euro, ich weiß, du kriegst vom, von Axel Springer. Damals, seinerzeit, bevor, kriegst du glaube ich eine halbe Million miteinander. Ja. Ich glaube, der kriegt immer noch Geld von dem, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall. Ich würde, ich würde denken, da ist das Tuch zerschnitten. Jetzt seit neuestem? Naja. Ja, nee, seitdem man, seitdem man ja relativ öffentlichkeitswirksam, ähm, gesagt hatte, es gab da diese SMS. Ja. Und, the rest is history. Ja, und also, 500.000 hat er da gekriegt, bei mir ist es dann halt 5000 im Monat, aber er muss auch nicht so viel machen. Er muss halt einfach irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht, einmal im Monat ne Kurzgeschichte schreiben. Ja. So über mich, so ein bisschen mich begleiten. Oder, noch besser, vielleicht, jetzt hab ich's, also ein Koch, ne Haushaltshilfe und einen Fotografen. Fotograf, super wichtig, ja. Der, der aber gleichzeitig dann auch dein Community Manager ist, oder? Ja, 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 genau. Der postet auch die Sachen dann. Der postet auch die Sachen, Der kommentiert auch. Der stürzt dich in die Kommentarspalten. Ja, ja, genau. Also das wären so meine drei. Ja, das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Ja, ich bleib trotzdem bei meinem Team. Mal sehen, wie weit er kommt. Wir können ja vielleicht auch poolen, weil es ist so, wir machen so ein bisschen Coworking daraus. Ja. Die machen uns beide so. Man kann sich mal einen ausleihen, meinst du? Man kann sich mal einen ausleihen. Du kriegst mal den Markwart, wenn du sagst, ich will mich jetzt irgendwie hier in gefährliches Terrain begeben. Ja, ich habe irgendwie abends so eine Dinnerparty und dann lade ich Leute ein und dann so, die ich gern mag, aber er lade auch zwei, drei Leute ein, die ich überhaupt nicht mag und sagt dem Markwart, hier, die lassen wir nicht rein. Die sind eingeladen, aber der soll die trotzdem nicht reinlassen. Ja, genau. Mal falsche Schuhe an. Heute Abend hier, keine, heute Abend hier, für dich heute Abend leider nicht. Ja, genau. Nee, aber ja, ich bin noch auf der Gäste, sorry, für dich heute Abend leider nicht. Genau. Kann sein, aber trotzdem, nee. Und ich würde mir dann ab und an mal den Fotografen ausleihen, wenn ich sage, ich brauche nochmal ein cooles Shooting. Ja. Oder wenn ich auch einfach Fotos von anderen Leuten brauche, wo dann die Frage ist, warum genau sollte ich mich hier jetzt nochmal in den Baum setzen und in dieses Fenster rein fotografieren? Stell dir mal vor, Angela Merkel hat einfach fünf Privatdetektive angestellt. Die alle die ganze Zeit in Sauer beobachten sollen. Nee, einfach nur, die hat die angestellt und alle Leute kriegen Panik, warum die denn jetzt das macht. Als Drohgebärde. Ja, wirklich, also wirklich Drohgebärde. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Wen würdet ihr, jetzt wirklich Frage, die rausgeht, an alle Hörerinnen und Hörer, wen würdet ihr engagieren? Was wäre eure Top 3? Wie sieht euer Tag Team aus? Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall eine große Umfrage draus machen, ja? Denke ich auch, denke ich auch. Max, bitte mit dran denken. Ich denke dran. Letztes Thema und dann müssen wir wirklich in die Dschungelkategorie kommen. Letztes Thema und das hat uns auch wieder nachhaltig, tja, begleitet. Hacker löscht Nuttles Leben. Was ist davon zu halten? Ja, vor allem aus folgendem Grund. sie wollte nicht 300 Euro rausrücken. Also sie hat sich ihr Leben löschen lassen, weil sie 300 Euro nicht bezahlen wollte. Jetzt ist die große Frage, ist das ein Schlag ins Gesicht für Nadel oder vielleicht sogar Sägen? Ich habe gerade auch die Story nochmal nachgegoogelt und muss wirklich mit Erschrecken feststellen, dass ja in der Boulevardpresse beziehungsweise auch hier RND, also Redaktionsnetzwerk Deutschland immer noch als Bohlen-Ex geführt wird. Und das ist schon hart, oder? Ja, vor allem, keine Ahnung, wie lange waren die mal zusammen? Die waren glaube ich mal so ungefähr zwei Tage zusammen oder so, ne? Vor 100 Jahren. Also, das ist schon hart. Ja, und sie wollte nicht 300 Euro zahlen und jetzt ist aber der Instagram-Account ist glaube ich futsch. Auch das noch, wie viele Follower hatte sie denn? Weiß ich nicht. Ein paar werden es vielleicht gewesen sein, aber irgendwie, da bleibt auch festzuhalten, irgendwie Nadel, das ist irgendwie, ist irgendwie nicht so richtig gut gelaufen, ne? Also sie ist sozusagen die Anti-Verona, oder? Also, ne, nachdem die Beziehung von Verona damals noch Feldbusch und Dieter Bohlen endete, ging es ja eigentlich für Verona nur bergauf, für Nadel muss man wirklich sagen, nur bergab. Und das ist vielleicht jetzt gerade nochmal ein weiterer Tiefpunkt. Ach, ja, und vor allen Dingen, pass auf, alles futsch, jetzt ist es folgendermaßen gelaufen, also Insta-Account weg und jetzt haben die Erpresser 300 Euro gefordert, um den wieder freizuschalten. Vor allem wirklich, was ist das für eine Summe? Ja, jetzt kommt diese, was denkst du denn, wie viel Follower hat eine Nadel Abdel Farag? Also wenn wir hier über 300 Euro reden, ja scheinbar doch nicht so viele. Ja, also das ist 13.000. Ja, okay. Okay. 13.000? Wobei ich mich halt frage, könnte man nicht einfach einen neuen Account aufmachen und 13.000 Follower kaufen oder so? Achso, sie hat, ja, sie hat einen neuen Account, sie hat einfach einen neuen aufgemacht. Hat sie? Ja. Mein Like hat sie auf jeden Fall jetzt schon. ne? Und da hat sie auch schon 638 Follower und ich würde sagen, ähm, da kommen wir auf jeden Fall dazu. Ja, würde ich auch sagen. Kann man da nicht irgendwie so eine Aktion jetzt auch draus machen? Ja. Ja. Follow Nadel. Ja. Also wie gesagt, weil es ist die große Frage, ne? Wie schnell kommen die wohl wieder? Die 300 Euro oder die Follower? Ich weiß es nicht. Die Follower, weißt du so, die hatte einmal so 3, also die hatte einmal diese 16.000 Follower und jetzt, ne? Andererseits, bei allen denen, die jetzt nicht wiederkommen, kann sie auf jeden Fall sicher sein, für die hat sie auf jeden Fall nicht mehr den richtig relevanten Content erstellt. Ja. Tut manchmal weh, aber so war es wahrscheinlich. Aber so, ja, wir folgen ihr jetzt auch, so 642 Follower. Sehr gut. Du hattest noch einen Punkt mit dabei, den hatte ich jetzt gerade In dem Kontext folgen wir gleichzeitig auch nochmal mit. Deinem Lieblingskünstler, Michael Ammer. Ach ja, vielen lieben Dank. Das freut mich wirklich sehr. Der hat, Michael Ammer hat einen blauen Haken. Mhm. Vor allem muss Michael Ammer, schreibt mal Michael Ammer Unterstrich. Mhm. Scheinbar hatte schon jemand anders den Namen Michael Ammer. Aber einfach so ein ganz stinknormaler Typ, der einfach Michael Ammer hieß. Ja, vermutlich. Und Michael Ammer hat aber einen blauen Haken, aber auch nur 2638 und 38 Follower und damit nur gut 130 mehr als wir. Also an Michael Ammers Stelle wäre mir das sehr, sehr unangenehm. Muss ich wirklich sagen. Mexien, du hattest noch einen Punkt mitgebracht, den hatte ich fast unter den Tisch fallen lassen, nämlich ging es um das Thema Dudelsackspieler. Ah ja. Genau. Es ist eigentlich eine sehr traurige Nachricht, aber irgendwie auch verstörend und ja, wie soll ich sagen, Ironie des Schicksals mäßig zugleich. Ja. Ähm, also folgendes, jeder kennt und liebt die Band in Extremo. Ja. Ähm, Mittelalterrock ist ja Jan, dein und mein geteiltes Lieblings Musikgenre. Ja, wir haben viele unterschiedliche Musikgenres, die wir mögen. Ja, ich mag zum Beispiel ähm, Gregorianischen Halsgesang, du hingegen, weiß nicht, Trap-Hop, ne? Ja. Das ist so deins, aber wo wir uns gemeinsam darauf geeinigt haben, wo wir sagen, da kommen wir zusammen, da haben wir viele Aden schon verbracht, bei einem Glas Meth, ja. Meth Horn. Ja, aus dem Meth Horn haben wir Meth getrunken ähm, äh, und bei einer kleinen Runde, äh, Schwarze Auge haben wir auch nochmal die besten Mittelalterrockbands besprochen, und wie gesagt, da, In Extremo. Haben wir oft auch so Schwerter dabei geschmiedet, ne? Ja, ja, und da ist In Extremo ganz, äh, weit oben auf unserer Lieblingssitzel. Jetzt ist es so gewesen, ähm, der Dudelsackspieler dieser Band, mit dem hatte man sich jetzt seit, vor zwei Jahren überworfen. Ähm. Ach so, der war gar nicht mal, äh, äh, nee, war nicht mehr ein Part der Band. Ja, war, 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 glaube ich, äh, war, glaube ich, 24 Jahre, 25 Jahre in der Band. Dann fing Corona an und dann, äh, stellte die Band fest, ähm, und vielleicht für viele, für die war es überraschend, für viele andere, wenn man sie fragt, was denkst du, was ein Dudelsackspieler aus einer Mittelalterband über das Thema Impfen denkt? Ja. Würden jetzt vielleicht viele denken, ja, wir erinnern uns alle an den Schamanen, ja, äh, der das Kapitol gestürmt hat, der schon, ne, ich sag nur, also, er hatte gesagt, Impfen, nein, danke, war dann auch Corona-Gegner, wie gesagt, war jetzt nicht mehr in der Band, da hatte man sich wohl zerstritten, ich weiß jetzt nicht, ob Corona wegen oder auch nicht, also, in dem, ein ganz anderes Thema, hatte irgendwie, hatte irgendwas falsch in der Steuererklärung angegeben, das ist so, so, ganz merkwürdiges, administratives Thema, ja, zu dem Zeitpunkt, als man sich getrennt hatte, hatte man noch gesagt, das ist ein richtiger Querdenker, zu dem Zeitpunkt war der, war der Name noch nicht so behaftet, ne, da war Querdenker eigentlich noch was Positives, so, und, ähm, dieser Mann ist jetzt gestorben, auf einem dieser sogenannten, wie heißen die nochmal, Corona-Spaziergänge? Ja, ja, genau, sind ja nur Spaziergänge. Genau, und in Berlin, da sind sie spaziergegangen und dann hatte man sich nicht an die Abstandsregeln gehalten und, er wollte mehrfach durch so Polizeisperren durchbrechen, trug auch keine, keine Maske, das hatte ihn jetzt so aufgewühlt, dass er irgendwann dann mit seiner Lebensgefährtin, äh, mitgenommen wurde, um die Personalien festzustellen und aufzunehmen, und dann brach er auf einmal zusammen, äh, viel, irgendwie, äh, Vitalzeichen versagten und er starb und dann stellte man fest, äh, dass er den Coronavirus im Körper hatte wohl, ähm, ähm, und halt irgendwie wenig Sauerstoff und, äh, gleichzeitig kam dann auch noch raus, er ist Asthmatiker und da wurde dann eben, und jetzt kommt eigentlich das, wo ich mit dir drauf hinaus wollte, das war der Anlass, also, äh, so ist er dann gestorben, an, an und mit Corona, ähm, ähm, und er hatte eben Asthma und seine Lebensgefährtin hat gesagt, er hatte den Inhalator zu Hause gelassen. Mhm. In dem Moment dachte ich, erst mal habe ich nicht beigedacht und dann dachte ich, Moment, also Impfgegner, Corona-Leugner, aber dann den Asthma-Inhalator, den nimmt man dann. Und jetzt versuche ich zu verstehen, auf der einen Seite, wo macht man da jetzt den Unterschied zwischen Corona-Impfung, nein, Asthma-Inhalator, ja. Langzeitstudien, natürlich, die er sich wahrscheinlich, äh, was das Thema, äh, Inhalator angeht, auch, äh, vielfach vorher durchgelesen hat, bevor er den zum ersten Mal verwendet hat, ne. Ja. Nehmen wir an, das war bei ihm schon ein akutes Thema, Asthma, der Arzt hat aufgeschrieben, alles klar, wir brauchen hier den Inhalator, x, y, z, und dann hat er gesagt, spannend, ich, hör's mir mal an, ich lese mir erst mal die Langzeitstudien durch, da hat er sich irgendwie in die städtische Bibliothek gesetzt, hat erst mal vier Wochen lang diese Langzeitstudien gelesen, war überzeugt und hat dann, äh, folgerichtig, diesen Inhalator auch verwendet. Und ich nehme an, so oder so ähnlich wird's gewesen sein. Ja. Und jetzt ist ja so die große Frage, so, jetzt fangen ja Leute an, also ich werde ja eigentlich, was mich in diesem ganzen, in dieser ganzen Debatte rund um das Impfen und so weiter, wirklich eigentlich am fuchsigsten macht, stelle ich immer wieder fest, wenn es Leute gibt, die halt irgendwie die Validität anzweifeln und sagen, naja, Langzeitstudien hin und her und da wird ja auch oft die Meinung, äh, ändert sich und da gehen ja auch die Expertenmeinungen auseinander und alles, was ich so gelesen habe, das gibt mir halt nicht so diese hundertprozentige Sicherheit und Klarheit und das Vertrauen in Wirkstoff oder Impfstoff oder wie auch immer. Da werde ich aber fuchtig, weil ich mir denke so, also in, in welchem, in welchem Universum hast du die falsche Abbiegung genommen, dass du dich wirklich, dass du dir anmaßt, ja, zu behaupten, ansatzweise irgendein medizinisches Wissen überhaupt so weit vorzubringen, dass du darüber etwas sagst und dann sagst, ja, so und so entscheide ich das. Also wenn du sagst, ich mach das nicht, weil ich will das nicht oder ich mach das nicht, weil ich das doof finde, ja, kann ich eher tolerieren, als dieses irgendwie wissenschaftlich begründen zu wollen, wo ich mir denke so, also bitte, das ist ja so ein bisschen so wie ich, also ich, weiß nicht, ich fliege nicht mit diesem Flugzeug, nicht aus der Tatsache, weil ich Angst vorm Fliegen habe, sondern weil ich habe jetzt auch nochmal so ein paar aerodynamische Berechnungen gemacht und ich denke halt, also das Airbus da wirklich eigentlich nicht vertrauenswürdig ist, die, die das Flugzeug bauen. Ja, richtig. 737 Max, 737 Max, ich habe es mir nochmal angeschaut, nach meiner Berechnung kommt es da ab Höhe 7300 Meter zum Strömungsabriss. Ja, 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 aber ich finde, pass auf, dass es aber nochmal auf die Spitze getrieben sind, Leute, die einfach sagen, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, ich fühle es nicht. Weißt du, ich fühle es halt nicht. Ach so, okay, ne, dann, ne, das ist dann eher so, so eine Art Seismograph, also man nimmt das so wahr, als Schwingung, dass man das irgendwie fühlt oder nicht fühlt, wie auch immer. Ja, also ich finde, da ist man sehr schnell auf jeden Fall wieder beim Schamanen. Ja, und da lobe ich mir dann doch die USA, da darf man ja einfach angeben, aus religiösen Gründen, lasse ich mich nicht impfen und da man ja Religionsfreiheit liebt, darf man in den USA sich halt nicht impfen, wenn man sagt, aus religiösen Gründen. Ah ja, okay. So, aber jetzt wollte ich nochmal so fragen, weil auch da bringe ich wieder das Thema an, Aziz Ansari, der sein Stand-Up Special gemacht hat und da ging es nämlich um ein ähnliches Thema dann auch. Da ging es um Aaron Rodgers, diesen Quarterback der Green Bay Packers, glaube ich, der gesagt hat, ich did my research so und I don't trust it. Wo man sagt so, naja, was erwartet man von einem Typen, der sich beruflich einfach irgendwie umrammen lässt und Bälle durch die Gegend wirft, dass der jetzt nicht irgendwie da seine Studien macht und dann nach zwei Wochen wiederkommt und sagt so, alles klar, Heureka, ich hab's. und die CDC und Anthony Fauci sagen, ja, der Mann hatte Recht, wir hätten länger auf Aaron Rodgers hören sollen, ist halt klar, deswegen kann man ihm vielleicht nicht so böse sein, siehe Joshua Kimmich, ne, am Ende ist er halt ein Typ, der Fußball spielt, dass man den jetzt zu Corona befragt, ist vielleicht schon eine Farce und dass der jetzt vielleicht einfach nicht bei den richtigen Ergebnissen landet, mag auch so sein. So, ähm, und dann beschreibt er das Szenario über einen prominenten Rapper, Ice Cube, der halt sich auch nicht impfen lassen will, weil er halt nicht dem Impfstoff vertraut und sagt dann aber, ja, der hat aber dann eine Darmspiegelung gemacht. So, dann sagt er aber, ja, hat er vielleicht nicht, sondern es geht nur um das Prinzip und deswegen wollte ich auch sagen, Dinge, denen man vertraut, die vielleicht absurd sind und da geht es eben um diese Darmspiegelung, ja, du wirst komplett bewusstlos gesetzt, ja, also da sitzen erstmal Leute, geben dir ein Gas, was dich bewusstlos macht. Würde ich sagen, sollte man ihm vertrauen, ja oder nein. Dann wird gesagt, pass auf, also, oder noch besser, davor, du trinkst dir einen Saft und dann scheißt du erstmal dein ganzes System leer. Dann stecken wir dir eine Maske aufs Gesicht, da kommt Gas durch, was dich komplett ausnockt. Und dann stehen hier Ärzte um dich rum und schieben dir an einem langen Schlauch, wo vorne eine kleine Kamera drin ist, in den Hintern für mehrere Stunden und gucken uns mal an, was da drin los ist. Mhm. So, das klingt ja erstmal aus meiner Sicht deutlich unglaubwürdiger und deutlich absurder und deutlich mehr, wo man vielleicht sagen würde, I don't trust the science behind that im Vergleich zu einem Impfstoff. Und ich wollte... Erstmal vom initialen Setup muss ich auch sagen, wenn ich es so höre, wie du es mir jetzt gerade erzählst, auch, sehe ich auch so, ja. Erstmal habe ich eine Darmspiegelung, klar, damit ist man vertraut, aber wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, richtig, klingt erstmal... Ja, und was sind so alltägliche Dinge, wollte ich mal so wissen, was sind so alltägliche Dinge, die wir so hinnehmen oder die wir so machen, ähm, die, wenn man die aber mal wirklich dann so ausspricht und ausformuliert, was die einzelnen Schritte darin sind, wirklich absurd sind, ähm, und wir sie dann trotzdem machen? Na ja, beispielsweise allein die Tatsache, in ein Flugzeug zu steigen und zu sagen, wir fliegen jetzt mit so einem Stück Metall, ja, 10.000 Meter über der Erde und da ist so ein Typ, der das Ding steuert, ne, geht ziemlich oft gut, sehr oft, aber manchmal halt auch nicht. Manchmal gibt es halt so einen Typen, der sich überlegt hat, weißt du, warte, ich fliege das Ding mal hier in den französischen Alpen, so. Zum Beispiel. Ja, ja, Ist auch sowas. Was, was vielleicht... Ja, oder auch, oder pass auf, oder auch Autofahren. Also, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier eine Metalldose gebaut, die haben wir jetzt, äh, da haben wir jetzt eine Maschine reingebaut, die, äh, so viel Kraft hat, wir messen das in Pferdestärken, ja, das ist jetzt so schnell wie 200 Pferde, wenn man die alle zusammen in, in so einen kleinen Eimer kippt und die Energie da rausholt. Ihr kriegt jetzt so ein Basic Training und dann gibt es hier so große Rennstrecken und da lassen wir euch zu mehreren Tausenden Leuten drauf und da sind Leute dabei, die können das eigentlich gar nicht. Da sind einige Leute dabei, die haben auch wirklich ganz alte und ganz schlechte von diesen, äh, von diesen, äh, Fahrzeugen und manche auch ganz gute. Manche sind auch ein bisschen verrückt, die dabei sind und manche, ähm, sind auch, haben auch gesoffen. Ja. Ähm, ja, und, und manche Leute sind auch schon ganz, ganz lange schon Autofahren und auch sehr alt und haben gar nicht mehr so ein gutes Reaktionsvermögen, aber, ähm, die Dinger können 200 kmh fahren und das dürft ihr auch. Have fun. Ja, 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 absolut. Ja. Also, ja, also Mobilität und Fortbewegung spielt bei diesem Themenkomplex auf jeden Fall eine große Rolle. Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Darauf können wir uns einigen, ja. Ja, ja, aber spannend. Also, da putzt er sich auch abends die Zähne. Würde ich nicht machen an seiner Stelle. So, ne, was ist denn Zahnpasta drin? Hatte man ja im, genau, da ist ja vielleicht auch die Frage. Ich frage jetzt nicht, ich stelle jetzt nicht die Frage, ob er Deo benutzt, weil der war Dudelsackspieler in der Mittelalterband. Also, die Antwort ist aus meiner Sicht auch klar. Ja, aber sag mal, im Mittelalter, wie hat man das da mit dem Thema Zahnpflege gehandhabt? Kein Problem, man ist mit 35 gestorben, bis dahin haben die Zähne gehalten. Vielleicht gerade so. Also, ich meine, hat man da diese Rinden bemüht? Oder da, ich glaube, Mittelalter war eher so, die Zeit, da hat man einfach wirklich gar nichts gemacht, oder? Ja. Also, Zahnpflege nichts, da hat man im Zweifelsfall hat man die Dinger rausgezogen. Ja, Holzzähne rein. Ja, genau, wenn es genervt hat, wenn es genervt hat, einfach raus damit. So, Max, und da würde ich sagen, muss ich jetzt einhaken, weil eine bessere Überleitung wird sich mir nicht bieten. Ich sage, fahr den Jingle ab, wir müssen in den Dschungel. Ja, rüber geht's. Südafrika Südafrika Datin. Ja, die liebe Tabiara. Tabiara. Tabiara? Tara Tabita. Ihres Zeichens bekannt als, Tavaluga, der grüne Drache. Celebrity Influencerin, vor allem aber bekannt in Österreich. die hatte sich dann irgendwann, als es darum ging, irgendwen aus dem Dschungel zu wählen, Tagesupdate, hast du nicht gesehen, fasste sie sich plötzlich nur noch an die Zähne. Und was war los? Sie hatte mit Zahnseide gearbeitet und da kam es zum großen Issue. Irgendwann flog einer ihrer Veneers weg und der wurde dann gesucht. In den Dschungelbüschen gesucht, leider nicht mehr gefunden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, der Zahnarzt konnte erst am nächsten Morgen kommen. Also das sind wirklich, das sind so Themen, die hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, oder? Ne, sowieso. Also eigentlich, die größten Dramen, ja, Zähne raus, kann Dr. Bob das auch eigentlich? Eigentlich ist er ein Rundum-Genie. Er ist ein Hans-Dampf in allen Gassen. Den brauchst du eigentlich, ne? Macht Dr. Bob das für 5.000 Euro bei dir? Ich glaube, ehrlich gesagt, im Dschungel bekommt er die bessere Gage. Aber ich könnte mich vielleicht mit ihm auf, und da wirklich jetzt einmal hier, Shoutout, oder vielleicht Bob da, Bob da Dob. Dr. Bob, wenn du das hier hörst, bitte denk gerne. Ja. Denk gerne darüber noch. Dr. Bob oder Bob da Dob. Ich würde ihn auch freistellen, für diese zweieinhalb Wochen Dschungelcamp pro Jahr, wenn er die restliche Zeit für 5.000 Euro im Monat für mich arbeiten würde. Ja, er ist ein perfekter Typ, weil vor allem, er ist ja eigentlich gar kein Arzt, aber nichtsdestotrotz, also, Ne? Ne, ne, er ist irgendwas anderes. Er ist nur kein Arzt, er heißt nur Dr. Bob, er ist eigentlich nur der Typ, der da irgendwie auf die Gefahren der Dschungelprüfungen hinweist. Ach so. Aber das wäre auch schön, wenn der jetzt irgendwie, wenn der jetzt sich zu Corona äußert auch, ne, und sagt so, ja, Corona-Impfungen, das sind nichts, also, ich bin seit Jahren Arzt. Ich bin seit Jahren, du, du sagst, Spieler in der Mittelalterwelt. Ich bin seit Jahren Arzt. Ja, wo sind, ich bin seit Jahren im medizinischen Bereich tätig. Ja, wo denn? Ich bin hier, ähm, Masseur. Da gibt's doch dieses Ding, was ich... Ach, der war Masseur, ne? Ja, irgendwie sowas. Oder Physiotherapeut oder sowas. Ja. Ja, und dann kommt, Dr. Bob sagt dann auch, also, irgendwie so, unser ständiges, irgendwie unser ständiges, irgendwie im ständigen Impfrat, sitzen dann irgendwie Drosten, Streeck... Und Dr. Bob. Streeck und Drosten oft uneinig. An der Stelle, dass man Dr. Bob, äh, mit dem die falsche Wahl getroffen hat, da herrscht Einigkeit. Vielleicht, so könnte man es ja auch machen, eigentlich, ne? Wirklich. Eine Lauterbach-Entscheidung, die man nicht erwartet hatte. Ja. Nö, nö, ich hab's immer gesehen. Und muss sagen, so, der Mann hat einen klaren Blick. Ja. Der kennt sich mit Gefahren aus. Ja. Wer den Dschungel überlebt, der überlebt Corona. Aber pass auf, ne? Tara, Tabitha, Zahn verloren. Gleichzeitig, äh, ist sie aber... Sie ist denn noch im Rennen? Sie ist schon noch im Rennen. Jaja, am nächsten Tag kam der Zahnarzt und, äh, sie ist noch im Rennen. Sie bundelt gerade sehr stark an mit, wie heißt er? Äh, Philipp Pavlovich. Hm? Und, ähm, Mehmet Göker, wollte ich gerade sagen, Harald Glöckler. Ja. Hat auch schon seinen Segen gegeben, hat auch schon Beziehungstipps gegeben und, ja, da ist wirklich die Frage, also wird da, geht's da noch heiß her? Geht's da so heiß her, wie damals bei Ailton und Michaela Schäfer? Fragezeichen. Ne, was ist deine Einschätzung? Denkst du, da wird's noch, also, da wird noch geknattert, denkst du? Wird da noch geknattert, genau. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. By the way, ich hab mal festgestellt, als ich nochmal die Fotos gesehen hab, also jetzt nicht diese Pressefotos, sondern die Bilder von denen, wie sie denn jetzt wirklich dort im Dschungelcamp sind, also alle, also bis auf wirklich ganz wenige Ausnahmen, sind ja gebotoxt, ne? Ja. Und Harald Glückler haben wir ja schon davor. Bitte? Harald Glückler auch, denkst du? Ich denke ja. Er hat sich wohl auch dazu geäußert. Hat er gesagt, er ist gebotoxt? Das hatte er ja schon ein halbes Jahr vorher gesagt. Hat er gesagt, er muss sich ja quasi nochmal ein bisschen boostern fürs Dschungelcamp. Und zwar in doppelter Hinsicht. Und ja, irgendwie da ging es übrigens diese Woche sehr, sehr stark auch so ein bisschen um seine Kindheit, um seine Jugend, ne? Also alles wirklich Drama und Seelenstriptease und so weiter und so fort. Er hat dann auch, glaube ich, direkt mehrere Leute dazu aufgefordert, das eben doch gleich zu tun. Und dafür sind sie ja schließlich da, ja, um da mal jetzt auch der Leute in Öffentlichkeit ihr Innerstes zu offenbaren. Wollte auch weinen, ging halt leider nicht. Ja, ja, doch, irgendwie hat es dann, glaube ich, doch noch funktioniert. Aber wirklich, unisono. Hinten raus. Merkwürdige Nebenwirkungen. Ganz komisch. Also unisono alle Mann wirklich gebotoxt und aufgespritzte Lippen, was sogar dann schlussendlich Franz Josef Wagner dazu verleitet hat, in seiner Kolumne zu schreiben. Das ist ja auch zu Botox. Das wäre ein ganz weirder Move gewesen. Wann geht Franz Josef Wagner ins Dschungelcamp, ist für mich die große Frage. Oder Paul Ronsheimer. Oder Julian Reichelt. Der wäre doch jetzt als nächstes dran, oder? Ich denke. Wenn der fertig ist, sein eigenes Internet dazu bauen. Ähm, ja. Anushka Renzi und Harald Klöckler. Es sagt mal so, Anushka Renzi mit kurzen Haaren. Ich weiß nicht, ob ich die beiden unterscheiden könnte. Sie betrügt, habe ich gehört. Auch noch. Ja, war ein Bild-Plus-Artikel. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Okay. Also unsere Recherche zerschellt an der Paywall. Das ist so ein Wigginn. Naja. Also, ich würde sagen... Ja, wäre die Frage gewesen. Hättest du das bezahlen wollen? Die Paywall? Ja, für diesen Artikel? Eigentlich ja. Also das hat mich schon gehuckt. Aber Max, ich würde sagen, wir halten fest. Zahnverlust bei Tara Tabitha. Ne? Ja. Tragisch. Dann Harald Klöckler. Wir kennen die Hintergründe. Alle sind irgendwie gebotoxed. Zieht alles ziemlich horrormäßig aus. Schlimmer noch, als die Dschungelprüfung eigentlich. Und dann droht jetzt auch noch ein großes Unwetter und ein möglicher Abbruch. Also, da geht es ganz schön heiß her. Und wirklich noch die Frage, und die bleibt ungeklärt, bis zur nächsten Woche. Wir nehmen sie nochmal mit. Wir recherchieren mit unserem Experten-Team. Kata muss wieder voll mit einsteigen. Und die Frage lautet, was ist eigentlich der Impfstatus von Dr. Worf? Ja, wirklich. So, und damit würde ich sagen, rappen wir es mal so langsam ab. Eine Stunde, 30 schon längst wieder überschritten. Und das, wo wir den ganzen vorderen Teil weggestrichen haben, ne? Ja, eben. Ja. Ja, ich habe nach hinten raus die Zügel ein bisschen schleifen lassen. Muss ich auch sagen, da habe ich mich wieder hier verleiten lassen. von dir mal wieder. Mal wieder, mal wieder. Aber klar, wir hatten natürlich die Themen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir knutschen eure Augen. Ja. Ja. Und weisen nochmal darauf hin, ganz nett, man kann den Podcast, ja, bei Spotify, natürlich bei allen anderen Plattformen, auch über Spotify, ja, mittlerweile ja auch bewerten. Wir haben da schon einiges eingesammelt. Da geht aber nochmals. In diesem Sinne, lass mal eine Bewertung da. Es ist auch ganz schnell gemacht. Wir küssen eure Augen und unter allen Bewertungen, ja, verlosen wir ja eine Liebesnacht mit Kata, ne? Unserem Redaktionsassistenten. Und, ja, würde sagen, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, Knutscher gehen raus. Bis zur nächsten Woche. Ich bin jetzt, bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal.